Hallo und herzlich willkommen bei Phantom. Was passiert eigentlich, wenn Kelvin und Virginia tot sind, ohne sie aber trotzdem wieder ins Spiel zurückbringen wollt, ihr aber nicht vom Spiel intern die Möglichkeit habt, beide wiederzubeleben? Denn das bietet Sons of the Forest bisher noch gar nicht. Denn ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr durch eine Änderung in der Save Data diese entsprechend ändern könnt und somit beide wiederbekommt. Virginia als auch Kelvin. Werdet ihr dieser Welt von Sons of the Forest immer trotzen? Kein Bugs erlegen oder Mutanten oder Kannibalen? Wir werden es herausfinden. Ich werde ihn einmal töten. Habt ihr die Möglichkeit, ihn trotzdem durch eine Änderung in der Datei wiederzubeleben? Das werden wir jetzt in diesem Beispiel einmal machen. Nun ist eine Wiederbelebung ausgeschlossen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr einmal Kevin wiederbeleben könnt. Um die Datei zu ändern, habe ich einmal zwei Pfade für euch. Einmal den Pfad für Virginia und einmal den Pfad für Kelvin. Und zwar müsst ihr einmal auf dieser PC gehen. Geht ihr auf Local Datenträger C. Dann auf den Benutzer, auf euren Benutzernamen. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr unter Ansicht einmal den Haken bei ausgeblendeten Elemente drin habt. Sollt ihr es nicht haben, könnt ihr den AppData Ordner nicht sehen. Als Alternative könnt ihr auch im Suchfeld unten links Prozent AppData Prozent eingeben. Und würdet direkt einmal in den Ordner kommen von AppData. Ich zeige es aber euch diesmal mit den ausgeblendeten Elementen. Dann könnt ihr das einfacher nachvollziehen. Wenn ihr es gemacht habt, geht ihr auf AppData. Geht auf Local Low. Geht auf EndNight. Sons of the Forest. Safes. Die jeweilige ID, die euch da angezeigt wird. Geht auf Multiplayer oder Singleplayer. Beide Varianten sind auf beide anzuwenden. In meinem Fall ist es der Singleplayer. Hier werden euch die Saves angezeigt. In meinem Fall ist es der neueste Save hier von 7.3. Dort angekommen, sucht ihr einmal nach der Datei Game Setup State Save. Dann öffnet ihr die Datei einmal. Und es öffnet sich direkt einmal der Node Editor oder auch genannt Notepad. Da ist eine kleine Datei. Es ist recht einfach, hier entsprechend die Datei zu finden mit Virginia. Dort sucht ihr einmal in dem Fall ISV. Drückt auf Suchen. Nach unten suchen. Am besten die Suchrichtung auch angeben mit nach unten suchen. Und ihr habt direkt ISVIRGINIA DEAD TRUE. Da schreibt ihr einmal FALSE hin. Und hierbei ist ROBY DEAD ebenfalls FALSE. Habt ihr das gemacht, geht ihr einmal auf Datei speichern und könnt die Datei schließen. Solltet ihr euch unsicher sein bei dem Part von Calvin als auch bei dem Part von Virginia, macht sehr gerne eine Sicherheitskopie auf euren Desktop. Mit Rechtsklick Ordner erstellen und dann entsprechend die Datei kopieren und einfügen. So habt ihr im Notfall, sollte irgendwas schief gehen, immer noch die Möglichkeit die Datei zu ersetzen. Im nächsten Schritt kommen wir zu Part 2, wie wir Calvin wiederbeleben können. Und das ist auch recht einfach. Ihr geht auf SAVE DATA, öffnet sie mit dem Notepad. Wenn ihr die Datei geöffnet habt, geht ihr einmal auf verarbeiten, auf suchen und gebt dann einmal Anführungszeichen oben Doppelpunkt 9 Komma ein. Diese Schreibweise werde ich euch einmal auch zusätzlich in der Videobeschreibung verlinken mit den jeweiligen Dateifad. Dann geht ihr auf suchen, nach unten suchen. Und die erste Datei, die ihr findet, ist auch denn schon die richtige. Ihr könnt einmal von hier bis nach unten markieren, die eine Zeile. Denn das ist genau der Pfad, den wir auch brauchen. Wir gehen einmal in der markierten Zeile nach ganz links und suchen einmal den Befehl STATE. Hier können wir ihn schon direkt sehen, auf der ganz linken Seite. STATE 6 heißt Calvin ist tot. Wenn ihr dort eine 2 eingebt, ist Calvin wieder am Leben. Als nächsten wichtigen Schritt, damit Calvin auch wirklich zu 100% lebt, müssen wir eine weitere Datei ändern. Die ist aber auch recht simpel erklärt. Wir müssen einmal zu dem Punkt HEALTH überschwenken. Da gehen wir einmal die Zeile entlang und haben hier direkt weiter einmal den Befehl HEALTH. Dieser ist auf 0.0. Das würde bedeuten, dass Calvin noch weiterhin tot ist. Deshalb müsst ihr diese Datei einmal abändern, die 0 wegnehmen und eine 100 eintragen. Somit lebt er wieder mit 100 Hitpoints. Das war es auch eigentlich schon. Ihr müsst ja nur noch einmal die Datei speichern. Habt dann die ganze Datei gespeichert, könnt sie schließen und habt damit dann auch diesen Schritt abgeschlossen. In dem Fall, wenn Calvin tot war oder auch Virginia, sind diese nun wieder bei euch im Spiel verfügbar. Ich würde mir wünschen, wenn da von Sons of the Forest noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, in-game irgendwie die beiden Parteien wieder zu beleben, wäre mega cool. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wenn ihr wieder einschaltet bei Phantom, abonniert gerne, lasst einen Daumen hoch und lasst auch sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Wenn ihr eventuelle Tipps oder Tricks haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Bis dann. Ciao.